Jo Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Ich hoffe, ihr hattet alle ein wunderschönes Weihnachtsfest, falls es möglich war. Falls ihr erstens Weihnachten feiert und falls ihr zweitens aufgrund von Corona dies, dass mit eurer Familie Weihnachten zusammen verbringen konntet. Ich konnte es zum Glück. Mir lief eigentlich alles wie gewohnt. Und passend dazu gibt es heute ein Fashion Pack Opening inklusive meiner oder meinem Weihnachtsgeschenke, man das so nennen kann. Dann wird, glaube ich, ganz cool. Ich habe auf ein Paket wirklich über einen Monat gewartet. Ich habe es jetzt am Black Friday bestellt oder vor Black Friday habe ich es bestellt. Und es kam jetzt erst irgendwie vor Weihnachten irgendwann an. Jetzt vor zwei, drei Tagen kam es an. Deswegen bin ich mega gespannt, es auszupacken. Ist jetzt nichts unfassbar krass, aber ich bin trotzdem gespannt. Und dann haben wir noch ein zweites Paket und dazu noch mein Geschenk. Ja, ich denke mal, es wird ganz lit. Bevor wir aber mit dem Fashion Pack Opening anfangen, will ich noch ganz kurz die Gewinner vom letzten Weihnachtsgewo auslosen, wo ihr die Chance hattet, zwei Geschenke von mir zu gewinnen. Das Ganze gab es im 6pm Video. Da habe ich es alles angekündigt. Die beiden sollten mich dann bitte auch auf Instagram kontaktieren mit Beweis, dass es deren Account ist und Beweis, dass sie diesen Kommentar geschrieben haben. Und dann werde ich unter den beiden aushandeln, wer was bekommt. Vielleicht durch irgendein kleines Quiz oder was weiß ich was. Und ja, das hier wären die beiden Gewinnerkommentare. Hier einmal einer und hier einmal einer. Danke an alle, die mitgemacht haben. Ich hoffe, ich konnte euch keine Freude bereiten. Also, beziehungsweise ich habe jetzt nur zwei Leute eine Freude bereitet. Aber ich hoffe, es war eine coole Aktion. Vielleicht gibt es sowas mal öfter, aber ich fand zu Weihnachten war es eigentlich ganz nice. Und ja, danke an alle Teilnahmen. Danke an alle, die das Video geschaut haben. Und jetzt würde ich sagen, starten wir auch direkt mit dem Fashion Pack Opening. Ich würde einfach mal sagen, wir starten mit meinem Weihnachtsgeschenk. Beziehungsweise, ich habe es mir selber gekauft vor Weihnachten, aber habe dann zu Weihnachten halt Geld bekommen. Und das Geld so mäßig dafür halt bekommen. Ich habe jetzt trotzdem noch einen großen Betrag selber bezahlt. Aber ich habe halt so einen kleinen Zuschuss von meiner Familie dazu bekommen. Ja, und das wäre einmal die Sony A6400. Jetzt fragt ihr euch, Jan, du hast doch eine Kamera. Warum hast du dir jetzt noch eine Kamera geholt und noch eine gute Kamera? Das hier wäre einmal die Kamera. Ihr könnt es sehen, es ist eine kleine APS-C Kamera. Jetzt der Grund, Jan, warum ziehst du dir jetzt noch eine zweite Kamera? Ganz, ganz einfach. Ich habe vor, in 2021 viel, viel mehr zu vloggen. Euch viel, viel mehr mitzunehmen. Viel mehr Shopping-Blogs. Viel mehr Blogs, wenn ich unterwegs bin. Einfach viel, viel mehr Blogs zu ballern. Wollte ich eigentlich dieses Jahr auch machen. War auch immer sehr gewünscht. Habe ich auch teils hinbekommen. Nur mit dieser Kamera, mit der ich hier filme, das ist eine A7 III. Ja, die ist halt sehr schwer, die ist sehr groß. Bock ist nicht so krass, ja, zu vloggen und damit draußen rumzulaufen, weil die todesgroß und todeschwer ist. Ich hätte halt die Vlogs mit dem Handy immer machen können. Aber ich bin ehrlich, ich möchte euch eine nice Qualität liefern. Und mit dem Handy ist zwar gut so, iPhone 12 Pro macht auch gute Qualität. Aber ich habe Bock, wirklich nice, nice, ja, Qualität zu liefern. Und deswegen habe ich mir halt diese APS-C Kamera jetzt geholt. Ihr könnt sehen, die hat ein Club-Display. Das ist eine A6400, könnt ihr ja gerne mal googeln. Macht wirklich unfassbar nice Shots. Und damit werden auf jeden Fall 2021 viel, viel mehr Vlogs kommen. Ihr könnt es halt sehen, ich kann die halt easy so nehmen und halt so ein bisschen rumlaufen. Kann mich selber sehen, wie ist das? Braucht kein Gorillapod, braucht nichts. Ich kann die easy in die Hosentasche tun. So, wisst ihr, ich kann die immer rausholen. Ist ganz entspannt. Und deswegen, das wäre einmal, ja, mein Weihnachtsgeschenk, wenn man es so nennen kann. Und mein erster Pickup. Ich denke aber auch, davon profitiert ihr, denke ich mal, am meisten. Denn ihr bekommt halt dann die Videos und die nice Vlogs. Wie gesagt, ich war auf 2021. It's lit. Kommen wir dann jetzt, ja, zum guten Paket, worauf ich über einen Monat gewartet habe. Ich habe es, glaube ich, am 24. November bestellt. Ist jetzt angekommen, beziehungsweise ist genau am 24. angekommen. Das heißt, ich habe es mäßig zu Weihnachten auch bekommen. Und zwar, ja, wir machen es ganz einmal auf. Es ist nämlich ein Paket von Minimal. Jetzt denkt ihr euch, ja, warum bestellt es bei Minimal? Ganz einfach, die hatten in dieser... Ach, Digga, warum fällt das jetzt runter? Ganz einfach, die hatten... Ach, Digga. Ganz einfach, die hatten nämlich eine Black Friday Week. Und da gab es 30% auf alles, wirklich auf alles. Und da habe ich zugeschlagen, habe mir ein paar nice Sachen gezogen, beziehungsweise ich hoffe, die Sachen sind nice. Die haben eine Jacke dabei, die wirklich sehr speziell ist, wo ich gespannt drauf bin. Die waren nämlich immer, also wirklich immer sold out. Ist dann am Black Friday wieder reingekommen. Bin gespannt. Für die Leute, die fragen, yo, Minimal, wie sieht es da aus mit Zoll? Ihr könnt einmal auswählen, dass ihr direkt den Zollpreis mitbezahlt. Hab ich jetzt gemacht. Ich habe, glaube ich, 20 Euro Zoll noch direkt mitgezahlt, dass man das halt am Ende nicht machen muss. Oder du machst halt, ohne Zoll musst dann halt vor Ort Zoll zahlen. Aber das variiert dann am Preis. So habt ihr einen festen Preis, ihr müsst euch keinen Kopf mehr um Zoll machen. Hier hätten wir einmal das Return Label, das kann weg. Und ja, so kommt uns das Ganze hier einmal entgegen. Ihr könnt sehen, wir haben schon mal Paisley am Start. Wir haben einen braunen Hoodie am Start. Und ich glaube, da müsste noch was drin sein. Deswegen packen wir das einmal aus und fangen mit dem Hoodie an. Ich habe mir nämlich einmal, aufgrund von mehreren Empfehlungen, diesen Minimal Everyday Hoodie gekauft. In diesem... What the fuck, ich habe die noch einen braun bestellt. Ja, okay, ich habe eigentlich gedacht, der Hoodie wäre braun und nicht so cremefarben. Weil ich kann euch mal das Bild von der Website einblenden. Ihr könntet ihr sehen, da war der eigentlich eher braun. Naja, die Farbe ist aber auch ganz nice. Ja, das hier wäre einmal der Everyday Hoodie. Ist eine Size M. Hat, glaube ich, gekostet... Boah, ich glaube, der kostet Retail 46 Euro oder so. Ich weiß es gerade nicht, aber ihr seht ja dann eh ja irgendwo eingeblendet. Ja, ich habe gezahlt. Minus 30 Prozent könnt ihr dann ausrechnen. Also wirklich nicht viel. Und der soll wirklich vom Fit und von der Qualität ganz gut sein, wurde mir so gesagt. Qualitätstechnisch macht er auf jeden Fall bis jetzt einen relativ guten Eindruck. Ich werde ihn jetzt einmal anziehen, beziehungsweise gleich. Und euch dann jetzt hier einen Fitpick einblenden. Ich denke mal, der sollte eigentlich fitten. Sieht vom Fit ganz gut aus. Wie gesagt, es heißt M genommen. Ich bin 1,80. Kostet vielleicht 35 Euro, habe ich dafür gezahlt. Vielleicht auch weniger. Kann man nichts mit falsch machen. Und das war einmal der erste Hoodie. Dann habe ich mir noch ein Basic Shirt bestellt. Das heißt Everyday Shirt. Ich weiß nicht, es ist genau dasselbe, nur als T-Shirt. Und hier hätten wir einmal zum Beispiel eine viel, viel niceere Farbe. Die Farbe gefällt mir gut. Das ist so ein, ja, used braun würde ich sagen. So ein braun-grau mäßig. Hat aber eine sehr coole Waschung. Also sieht, finde ich, ganz nice aus. Ist halt ein ganz normales Basic Shirt. Hat, glaube ich, gekostet 15 Euro. Also wirklich, ja, kostet 15 Euro. Kannst nichts mit falsch machen. Ja, erwarte jetzt auch nicht so viel. Hab hier auch genommen. Das heißt M mit 1,80. Und ich blende euch jetzt mal hier einen Fitpick an. Ihr könnt jetzt sehen, wie es fit ist. Aber auch das sieht vom Fit eigentlich relativ gut aus. Hat auch schöne lange Ärmel. Ich finde die Farbe wirklich sehr nice. Die Farbe gefällt mir sehr gut. Und wie gesagt, 15 Euro. Mach's da gar nichts falsch. Kommen wir jetzt, ja, zum Highlight der Bestellung. Was übrigens komplett offen ist. Danke dafür. Ähm, ja, es ist eine Pasty-Jacke. Ich kann euch jetzt mal hier das Fitpick einblenden. Ich weiß, ich hab für die Jacke jetzt wenigstens 30% irgendwie 46 Euro oder so gezahlt. Also wirklich nichts ist für eine Jacke. 46 Euro ist gar nichts. Und wie gesagt, auch die Bild ganz geil aus. Deswegen hab ich mir gedacht, ziehst du dir doch mal. Und hier, ja, hätten wir einmal diese graue Minimal Paisley Jacke. Ich muss sagen, ich denke mal, das ist so ein Ding, das ziehst du wirklich zwei, drei Mal an. Also ich hab nicht, dass ich so auch anziehe. Aber ich muss sagen, ich find die eigentlich ganz nice. Vor allem für 46 Euro. Ich werd die jetzt einmal ganz kurz für euch anziehen. Gucken, wie der fit ist. Hab, glaub ich, den Size L genommen. Und ich weiß jetzt nicht, wie die fit ist. Ich kann's nicht sehen. Äh, ja, die fit ist auf jeden Fall ein bisschen cropped. Hat einen schönen hohen Stehkragen. Die Ärmel sind auch ein bisschen länger. Also vom Fit ist die, glaub ich, ganz nice. Ich kann's aber gar nicht sehen. Ich werd aber gleich auch noch Fitpicks machen. Lernst euch hier nochmal Fitpick ein. So, das war einmal der Kragen. Weil der Kragen ist weit auch, Alter. Ja, das wär die Jacke. Ähm, Fitpick davon. Hab dir hier mal eingeblendet. Hat gekostet, wie gesagt, 46 Euro oder so. Aber, ja, machst, wie gesagt, auch nichts mit falsch. Und ja, ich find das Paisley ganz geil. Ich find's auch in grau ziemlich nice. Ich muss aber sagen, Paisley eigentlich satt gesehen. Deswegen, ja, ich hab mir die Jacke vor einem Monat bestellt. Deswegen, ich glaub nicht, dass ich die so oft rocken werde. Wir haben hier vorne noch einmal so zwei, ähm, ja, Cargo Pockets. Auf beiden Seiten. Find ich auch ganz cool. Und ja, das wär's tatsächlich auch eigentlich. Ähm, zur Jacke. Kommen wir dann jetzt zu einem Paket von Represent. Äh, ja, ich hab mir dort zwei Sachen bestellt. Vom Blank Drop. Da hab ich mir auch schon vorher was bestellt. In der Größe L. Wollen wir beides ein bisschen zu cropped, wenn ich ehrlich bin. Deswegen hab ich beides nochmal in der XL bestellt. Jetzt bin ich gespannt, wie die Sachen sind. Ich hoffe, die sind nicht zu groß. Weil ich trage eigentlich bei Represent nie eine XL. Ähm, ja, wir machen das Ganze hier einmal in diesem Streifen auf. Und dann kommen uns auch hier direkt. Ja, einmal zwei Artikel entgegen. Wir fangen gleich mal an mit dem hier vorne. Das hier wäre einmal der ganz normale, graue, ähm, ja, Basic-Hoodie. Boah, der ist nice. Also, ich hab den eh schon gesehen. Ich hatte ihn ja vorher schon in der XL. Aber, ja, der Hoodie ist ganz nice. Ähm, ich find die Qualität wirklich sehr, sehr gut. Der ist von innen, ähm, ja, so in diesem Material, was ich sehr, sehr angenehm finde. Vor allem, ähm, ja, das wirft keine Fusseln auf das Tischer, was man drunter anträgt. Weil so ein Material einfach ist, wenn das jetzt so weich ist, wenn ihr möchtet, was ich meine. Was ich aber an dem Hoodie wirklich sehr, sehr geil finde, ist einmal, dass er hier vorne so Knöpfer hat. Anstatt, ähm, ja, so Kordeln oder so. Man kann die Knöpfer halt eben zumachen. Und dann hat er so ein bisschen höheren Kragen, was ich sehr, sehr nice finde. Also, ihr könnt sehen, der Kragen, man ist jetzt hier dunkel. Wo ist die Sonne? Ah, da ist die Sonne wieder. Okay, ähm, ja, ihr könnt sehen, der Kragen ist halt dadurch schon ein bisschen höher. Der geht halt bis hier und nicht nur bis hier. Was ich sehr cool finde, Fitpick, blende ich euch hier mal ein. Ich hoffe, die Sachen sind nicht zu groß. Ich werde euch dann irgendwie drunter schreiben, ob es passt oder nicht. Aber, ja, sieht eigentlich ganz gut aus, weil ihr könnt sehen, die Sachen sind cropped. Das ist jetzt eine XL und die sind schon relativ kurz geschnitten. Aber an sich ist nicht der Basic-Cool. Die habe ich für gezahlt. 140 Euro minus 20 Prozent könnt ihr euch dann ausrechnen. Also, ja, ein bisschen mehr Geld, aber Repräsentanzqualität enttäuscht nie. Dann habe ich mir, ähm, ja, noch einen Zip abgeholt. In einer sehr, sehr nice Farbe. Das ist so ein Vintage Black. Ich glaube, das heißt sogar Vintage Black. Ähm, ja, finde ich sehr cool. Ihr könnt sehen, das ist so ein ausgewaschenes Schwarz. Geht schon fast ins Grau. Und, ja, da muss ich sagen, auch top, top, top. Den kann ich einmal auch direkt anziehen. Den mache ich mir einmal auf. Geht sehr easy auf. Auch von innen ist der wieder so in diesem rauen Material, dass er keine Fuseln oder so wirft. Auch hier eine XL genommen. Ähm, ich hoffe, der fittet jetzt perfekt. Aber ich denke mal, schon sieht eigentlich relativ gut aus. Zack, zack. Und, ja, das wäre einmal der Zip-Hoodie. Kann man dann auch noch easy zumachen. Ich muss sagen, fit, diesmal perfekt. XL passt mir perfekt. Ist halt, wie gesagt, ein bisschen crop geschnitten. Deswegen passt jetzt die XL perfekt. All den Ärmel perfekt. Kaput steht schön. Ich finde auch dieses Vintage Black sehr, sehr nice. Und, ja, hat, glaube ich, gekostet 153 Euro. Auch da minus 20% bekommen. Äh, ja, ihr wisst, represent Platin-Kunde. Und, ja, sehr, sehr nice. Gefällt mir. Wirklich sehr gut. Ach ja, war ich schon vergessen zu sagen, ähm, was ich auch noch zu Weihnachten bekommen habe. Einen WLAN-Repeater. Ne? Damit ihr Bescheid wisst. Ähm, mega geil. Ja, das war's eigentlich auch mit den Paketen. Eigentlich sollte noch ein Paket kommen. Äh, das hat ich aber verspätet. Das kommt erst nächste Woche. Dann gibt's dann nächste Woche irgendwann ein Video. Deswegen, ja, das wär's mit diesem kleinen, aber feinen Weihnachts-Fashion-Pack-Opening. Mit meinen Weihnachtsgeschenken. Plus halt noch ein paar Pakete, die angekommen sind. Das wär's aber auch mit diesem Video gewesen. Lasst gerne einen Daumen nach oben, wenn euch gefallen hat. Und schreibt wirklich bitte in die Kommentare, was ihr zu Weihnachten bekommen habt. Interessiert mich wirklich. Ich würde wirklich mal gerne wissen, was so die Community, was ihr so zu Weihnachten bekommen habt. Deswegen schreibt es ehrlich mal in die Kommentare, jetzt nicht auf witzig. Äh, ich hab keine Ahnung was bekommen. Wirklich auf ernst, was ihr bekommen habt. Und, ja. Dann würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns beim nächsten Video am Mittwoch. Ähm, ja. Es wird, denke ich mal, ein Live-Cop-Unboxing zur Kollektion von UFO. Von No Hugs. Bin ich sehr gespannt. Das wär's dann von mir. Haut rein, Freunde. Und, ciao.